Alooooooooooo Achja, meine Stimme ne? Ist die nicht schön zu hören? Ja bestimmst ist die schön Mit Sicherheit Aaaaah Ich muss grad ein bisschen Concentration machen ne? So Concentraten Concentrate, was ist das für ein Willen? Hat das Wort? Mal gucken ob ich von hier irgendwie besser... ich hab keine Ahnung wo ich am besten lang kann oder so Jaaaah, sterb! So, mal gucken ob ich so erfolgreich mal rüberkomme. Mal schauen, mal schauen, mal schauen! Aber ich bin rübergekommen. Ja, hoch, das sieht nicht schlecht aus. Alter! Ich kann mich an denen jetzt ran. Ich hab ne Notfallidee, aber komm ich auch hier lang? Drei Millionen Stunden lang? Jaaa, hoch mit dir! Hasta la vista! Was ist da oben? Ich fiel zwischen! Ich bin so neugierig! Kein Wursch! Ach hier ist ein anderes Gebiet. Dass sie übergreifend sind, das wundert mich grad ein wenig. Nein! Jetzt, ich werde wahrscheinlich jetzt sterben wegen dieser Szene. Ich hab schon gedacht. Ich hab schon gedacht, weil die mir da so schön genau da zeigen, was ich sehen wollte. Nein, ich brauch irgendwas starkes zum schießen. Ach, verdammt! Das ist so knapp! Alter! Nein, 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 nein! Verdammt! Wo komm ich jetzt raus? Ja, ok, zum Glück komm ich hier raus. Laserschüsse. Warum wird der so blöd angezeigt? Wenn der Zweiter geht, dann sterbe ich deswegen noch. Ja, sehr gut! Äh, 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 äh! Nein! Nein! Ah! Ich hab das Mini-Spiel grad im ersten Moment nicht verstanden. Don't waste Wurm! Ich hab's geschafft! Ich hab den Wurm besiegt! Äh, gerettet! Megawurm des Todes oder so kommt jetzt. Ja, China! Schön! Ach, kurz Urlaub. Lass mal nochmal kurz oder kurz Urlaub. Hallo! Ok, runter, ne? Ja! Woden! Ja, da unten kann man, ne? Ja! Und ich... springe drauf! Genial! Nimm mich mit runter, Watson! Ah, ist heute nicht ein schöner Tag! Nimm, erstmal hier lang! Dann hol' ich mir ein bisschen mehr Magnet-Power! Dann hol' ich mir ein bisschen mehr Magnet-Power! Hier! Äh! Mann! Verdammt! Warum so schnell?! Vertreibt doch nicht! Warum so verdammt schnell?! Verdammt! Wollt ihr... Boah, ihr wollt doch echt übertreiben, ne? Dankeschön! Welcher normale Mensch kann so schnell schauen?! Welcher normale Mensch kann so schnell schauen?! Scheiße! Ja, ach, Entschuldigung! Der ist jetzt ein bisschen asozialer irgendwie! Besonders wegen diesem Scheiß-Spiel am Ende! Das ich ja mal so gar nicht mag! So, meine Waffe, ich will den Laser! Der Laser ist irgendwie bis jetzt am nettesten zu mir gewesen! Ja? Na losch! Ja! Natürlich! Boah, ich hasse den! Ich hasse den Hardcore! Und jetzt mach du mal hin, ne? Sei nicht so langsam! So! Komm her! Komm her! Ich gib dir auf die Fresse! Nein, 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 nein! Boah, ich hasse diesen grünen Scheiß-Schleim! Alter, ist der nervig! Alter, der ist so hart nervig! Alter, der ist so hart nervig! Der Schleim! Ah, ist ja so geil! Oh, stirb doch! Oh, stirb doch! Oh, stirb doch! Oh, stirb! So, stirb doch schnell wie du kannst! Mit den Spicy! Ja! Ja! Geschafft! Tschuldigung! Das war jetzt... Das ist wirklich das schlimmste Minispiel! Mit, äh... Search... Search it oder so! Search and find it oder so! Keine Ahnung! Irgendwie sowas! Such und find es! Voll behindert! Ja, ja, ja! Mach hin, mach hin! Ja, ne? Stirb, stirb, stirb du Blob, stirb du Blob! Äh... Ja, okay! Na, 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 na... Scheiße! Ich muss mir vorher angucken, welche Knöpfe da... Wo sind... Ja? Na, 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 na... Schafft! Sehr gut, du Blob! Krieg's auf die Fresse! Ah! Ah! Jamstar! Ja! Heavy Metal! Äh... Headbang! Ja, schön lange gezogen! Hehe! Was hieß so, so ein langes Gesicht? Hahaha! Ja! Oh, 89! Sehr, sehr gut! Denn mein Plan ist es, diese Woche noch fertig zu werden! Na! Das war ja ein Spaß! Jetzt aber ins Museum! Ich bin bereit! Jetzt los! Ja, ich glaub ich teleportier mich dahin und dann... nur ein bisschen umschauen! Ein paar Minuten haben wir noch! Puh, gar nicht so leicht! So zwei Zellen! Ja, irgendwie... Ah, erstmal heilen! Yay! Didi-di-ding! Kawush! Kawush! Yay! Kawush! Wow! Oh! Ach, man darf da noch niemals drüber laufen! Aber das hat nicht so viel Schaden! Geld! Oha! Da ist er! Da ist er! Was? Ah! Ah! Museen! Denkmäler! Geschichte! Kultur! Unendliche Langeweile! Sargner! Wie konnte ich nur so nachrichtig sein? Hab mich schon wieder selbst eingeschlossen! Noch dazu ist das Ding! Und komm, mein Boss! Bringt mich um! Klopf, klopf! Klopf, klopf! Rat mal, der Boss ist hier! Kuck! Aha! Aha! Anscheinend... Anscheinend Störung im Raum-Zeit-Kontinuum! Unglaublich! Oh je, Platz-Dinger! Oha! Ich hab' gedacht, die könnte man irgendwie benutzen! Ehrlich gesagt! Oha! Oha! Alter! Wie viele schießen denn hier? Wenn ich sterbe, mach ich aber Schluss! Hab' ich grad entschieden! Dann nehm' ich aber noch schnell hier die Punkte! Ah! Ich geh' glaub' ich lieber erstmal zurück! Also spätestens wenn ich sterbe, mein' ich damit ne! Nicht damit ihr euch wundert, wenn ich gleich Schluss mache! Ah! Ah! Ja! Was machen diese Dreh-Dinger? Was heißt das? Ah! 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 Die teleportieren sich also! Sehr gut! Uiuiui! Panzer-Popcorn! Ja! Das krieg ich! Also, merkt euch! Pyramiden teleportieren sich! Das ist, äh.. Das ist... ist fakt und ja hat doch noch ganz gut geklappt und jetzt bang bang popcorn denn noch ein bisschen popcorn zum schluss ist auch ganz schön und wie gesagt zum schluss damit beenden wir die heutige folge mit unserem 90 monster das ist mehr oder weniger ein jubiläum zählt nicht ganz aber egal also auf jeder schluss